Menschen und Tiere interagieren auf vielfältige Weise miteinander. Mal freiwillig, mal unfreiwillig, manchmal direkt, manchmal indirekt. Alle Beziehungen zwischen Lebewesen haben eine Vorgeschichte. Wissenschaftliche Ordnungssysteme, Erzählungen, Traditionen und Wertvorstellungen beeinflussen unsere Wahrnehmung der Tiere. Die Beschäftigung damit kann unser Selbstverständnis verändern und neue Perspektiven schaffen. Die Human-Animal-Studies erforschen die Verhältnisse zwischen Menschen und Tieren in ihrer Entwicklung und in ihren gegenwärtigen Praktiken, konkreten Beziehungen, insbesondere die Wirkmacht von Tieren auf Menschen, sowie die Grenzen, die Menschen aus ihrer ganz eigenen menschlichen Perspektive zwischen sich und anderen Lebewesen gezogen haben. Diese Grenzziehung wird heute kritisch als Speziesismus bezeichnet, der Lebewesen in Kategorien wie Mensch und Tier unterscheidet. Wir sind es gewohnt, Tiere als das ganz andere zu betrachten. Aus diesem dualistischen Blickwinkel heraus unterscheiden wir dann Tiere danach, ob sie dem Menschen ähnlich sind oder nicht, essbar oder nicht essbar, nützlich oder nicht nützlich sind. Dabei spielen kulturelle Hintergründe eine wichtige Rolle. Mit dem neuartigen Konzept des moralischen Handelns, der Moral Agency, unternehmen einige beteiligte Forscher den Versuch, Tiere als Subjekte mit eigener Wirkungs- und Handlungsmacht ins Spiel zu bringen. Unter diesem Blickwinkel sind Tiere Individuen mit eigenen Erfahrungen, Emotionen, Erwartungen, Bedürfnissen und Interessen, mit der Fähigkeit, ihre Beziehungen zum Menschen selbst zu gestalten. Im Zusammenhang damit werden der Speziesismus und Zuordnungen wie Schlachttiere, Versuchstiere oder Haustiere kritisch beleuchtet. Der menschliche Blick auf Tiere ist, wie gesagt, auch von Geschichten bestimmt, die wir uns über sie erzählen. Daraus entwickeln sich Vorstellungen, die das Gedächtnis und die Wahrnehmung des Einzelnen und seiner kulturellen Gemeinschaft prägen. Mensch-Tier-Studien, die sogenannten Human-Animal-Studies, erforschen diese Narrative, die Erzählungen und unsere Vorstellungen davon. In Fernsehserien und Spielfilmen sind tierische Protagonisten häufig Symbolträger menschlicher Tugenden wie Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität oder Teamgeist. Animalische Märchenfiguren fungieren als Auslöser oder Träger menschlicher Gefühle, wie Angst, Hoffnung, Hass oder Zuneigung. Mischwesen, sogenannte Chimären, bevölkern die Mythen und Bauten der Antike. In der Science-Fiction verkörpern sie die Aussicht auf mögliche Kontakte zu vernünftigen außerirdischen Lebewesen. Und selbst Dokumentationen sind selten frei von einer vermenschlichenden Perspektive. Tiere werden hier für ihre Fürsorglichkeit gelobt oder als positives Beispiel für lebenslange Partnerschaften ins Feld geführt. Journalisten berichten über Tierhaltung, interviewen Landwirte und begleiten Tierschützer bei ihren Aktionen. Aber wie wirken sich diese Darstellungen auf das Publikum aus? Genau diese vielfältigen Beziehungen untersuchen die Mensch-Tier-Studien fächerübergreifend. Daran beteiligen sich zum Beispiel Historiker und Biologen, Philosophen und Psychologen, Ethnologen, Soziologen, Literatur- und Medienwissenschaftler. Die Mensch-Tier-Studien kombinieren also verschiedene Sichtweisen. Sie tragen damit zur anhaltenden Diskussion bei, wie wir das Verhältnis von Mensch und Tier weiterentwickeln können.